In Berlin im Hauptstadtstudio begrüße ich jetzt Frank Tempel von der Partei Die Linke. Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Herr Tempel, ich habe Sie im Deutschlandfunk gehört. Da haben Sie gesagt, es gelte jetzt so zu reagieren, wie die Terroristen es nicht wollten. Drei erklärende Sätze bitte dazu. Naja, man muss immer fragen bei solchen Anschlägen, was ist der eigentliche Zweck? Also egal jetzt mal aus welcher Motivation dieser Anschlag heraus erfolgte. Destabilisierung ist ein Aspekt, der dort gewollt ist. Verunsicherung, Angstschüren ist ein Aspekt, der dort gewollt ist. Und genau das darf man nicht bedienen. Also wenn wir uns als Gesellschaft empfindlich zeigen, sensibel reagieren, gereizt reagieren, ängstlich reagieren auf solche Anschläge, dann heißt es natürlich, Anschläge funktionieren, um uns anzugreifen. Und genau das dürfen wir nicht zeigen. Der Innenausschuss tritt dennoch heute zu einer Sondersitzung zusammen. Also das ist eine Reaktion, die eigentlich so gar nicht geplant war. Welche Aufgabe stellt sich der Innenausschuss heute mit seiner Sitzung? Ich finde das sehr richtig, dass der Innenausschuss zusammenkommt. Sicherheit hat sehr viel mit Lernen zu tun. Also mal ein konkretes Beispiel. Nach der Amoktat in München. Der Polizeieinsatz funktionierte sehr gut. Die Kommunikation funktionierte nicht sehr gut. Es war sehr viel Panik auch danach in der Stadt. Und die Berliner Polizei hat ganz offensichtlich daraus auch die richtigen Rückschlüsse gezogen. Auch die Politik in Berlin. Man hat sehr, sehr souverän reagiert. Es war sehr vorbildlich. Und das heißt, das Auswerten, was ist genau passiert, den Ermittlungsstand abfragen. Und auch natürlich gründlich nachdenken, nicht in Schnellschüssen, ob politische Konsequenzen, ob Veränderungen notwendig sind. Bei der Bewertung ist natürlich ein Manko, dass man nicht weiß, wer der Täter ist und nicht aus welchem Umfeld er kommt. Aus der reinen Kriminalität oder eben aus dem ideologisch gesteuerten religiösen Lager. Das ist richtig. Und das ist für die Bewertung sehr wichtig. Also nicht nur die Motivation. Natürlich liegt es auf der Hand, dass viele erst mal aufgrund der Begehungsweise des Modus operandi an einen islamistischen Hintergrund denken. Aber auch dann ist es für uns eminent wichtig zu wissen, ist da jemand als möglicher Täter bereits eingereist? Oder hat er sich, wie wir das in der Vergangenheit ja häufig hatten an Beispielen, wenn wir Informationen hatten, erst hier radikalisiert? Also im Umgang damit, wie wollen wir sowas in Zukunft zumindest einschränken, wenn nicht ganz verhindern können, ist das eine sehr, sehr wichtige Aussage. Das heißt, wir brauchen, wenn wir mehr Sicherheit gewinnen wollen, ganz schnell den Täter. Und da habe ich großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Mit dem Terroranschlag wird jetzt in der politischen Debatte die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin thematisiert. Spielt die Flüchtlingspolitik eine Rolle bei der Bewertung eines Terroranschlages? Ja, nicht so, wie sie der Herr Seehofer in Frage stellt. Also wenn wir es immer wieder mit Beispielen zu tun haben, wo sich Flüchtlinge hier in Deutschland radikalisiert haben, radikalisiert wurden, eingreifbar waren für Organisationen, die radikalisieren wollen, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen. Aber grundsätzlich müssen wir festhalten, hier kommen Menschen her, die vor Terror, vor Krieg, vor Elend fliehen und die genau deswegen eigentlich bei uns Sicherheit suchen. Und diese dafür zu stigmatisieren, ist grundsätzlich falsch. Wir müssen gucken, was passiert bei uns, wo liegen die Ursachen und wo kann man Radikalisierung hier verhindern? Interpretiere ich das richtig, dass Sie mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin einverstanden sind? Nein, das ist falsch. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir zu wenig Ressourcen haben im kommunalen Bereich, uns wirklich mit den Flüchtlingen zu beschäftigen. Dass Flüchtlinge hier monatelang perspektivlos sitzen, nicht wissen, was ihnen geschieht, ob sie jemals eine Chance haben, sich ein neues Leben aufzubauen. Dass sie Stigmatisierung und Ausgrenzung in der Gesellschaft begegnen, Rechtspopulisten gegen sie zu Felde ziehen, ohne dass dem wirklich Einhalt geboten wird. Das macht die Situation sehr schwierig und verursacht natürlich, dass sich Menschen, ab die schon traumatisiert sind, noch mal abgestoßen fühlen. Also Menschen aufnehmen hier ist grundsätzlich richtig, gerade wenn sie auf der Flucht vor viel Elend sind. Aber dann muss man auch die Ressourcen bereitstellen, mit ihnen nur hier umzugehen. Wird diese Thematik im Innenausschuss heute eine Rolle spielen? Heute werden Sicherheitsfragen mit Sicherheit an erster Stelle diskutiert werden. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass man voreilig schnelle Schlüsse zieht, dass man Sachen miteinander vermischt. Ich denke, die Flüchtlingsproblematik, die werden wir weiter im Bundestag und besonders im Innenausschuss diskutieren. Heute geht es um Sicherheitsfragen. Heute geht es auch darum, ist da ein Täter auf der Flucht? Sind Gefahrenlagen für die Bevölkerung da? Wie können wir damit umgehen? Zum Beispiel ist es richtig, mehr Polizeipräsenz zu machen. Ich sage mal, zum subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ja, kann man machen. Letztendlich können aber mehr Polizisten den Lkw auch nicht aufhalten. Also das darf man auch nicht überbewerten. Trotzdem müssen wir heute erstmal Maßnahmen diskutieren. Wie können wir die Sicherheit gewährleisten? Und über die Flüchtlingspolitik werden wir dann im Januar weiter diskutieren. Gehört zum Sicherheit gewährleisten auch der verstärkte Einsatz von Videoüberwachung und von Telefonüberwachung? Ja, wenn ich über mehr Polizeipräsenz rede, dann ist das eine kurzfristige Maßnahme, die das subjektive Gefühl der Bevölkerung stärkt, Sicherheit zu haben. Bei solchen Maßnahmen wie Videoüberwachung müssen wir sehr, sehr genau gucken, wie das passiert. Im internationalen Bereich sehen wir eher in England zum Beispiel, dass sich potenzielle Täter darauf einrichten können, dass sie wissen, wo die Kameras sind, dass sie das auskundschaften, dass sie sich darauf einstellen können. Ich sehe da eher Zweifel, aber wir werden keinen Vorschlag völlig unbeachtet lassen. Wir werden uns genau angucken, das, was wirklich funktioniert und Sicherheit bringen. Das wird auch Zustimmung finden und wenn Maßnahmen in diesem Umfang beschlossen werden, nur um subjektive Sicherheitsgefühle nachzukommen, dann werden wir dem nicht zustimmen. Frank Tempel, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Danke nach Berlin. Bitteschön.